Boris hat mir eine E-Mail geschrieben und mich gebeten, mal ein Video zum Thema Disziplin zu machen. Also, wie kann ich disziplinierter werden? Und dafür habe ich jetzt ein paar Tipps. Disziplin ist ein wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender Schlüssel für Erfolg in allen Lebenslagen. Du brauchst Disziplin in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, im Beruf. Ohne sie funktioniert nicht wirklich viel. Selbst, wenn du deine Arbeit liebst. Ich zum Beispiel liebe die Arbeit am Glücksdetektiv, aber sie ist eben auch eine Arbeit. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass jede Woche ein neuer Artikel geschrieben wird, jede Woche ein neues Video rauskommt. Die Sachen, die Inhalte müssen recherchiert werden, die Entwürfe geschrieben werden, dann muss das Ganze in die richtige Form gebracht werden. Ohne Disziplin wäre ich ganz schön aufgeschmissen, weil ich kann nicht einfach nur schreiben oder drehen, wenn mir danach ist oder mich die Muse küsst, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich das regelmäßig jede Woche tue, damit diese Inhalte hier erscheinen können. Ich brauche Disziplin. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass manche disziplinierter sind als andere und du gehörst vielleicht zu denjenigen, die die Sachen am liebsten aufschieben. Prokrastinieren nennen wir das in der Fachsprache, wenn man sich selbst sagt, damit fange ich morgen an. Das ist immer dieses Verhalten. Der Klassiker ist zum Beispiel, wenn du dringend lernen musst oder irgendwas ganz Dringendes erledigen musst, arbeiten musst. Und stattdessen fällt dir aber auf, dass die Blumen eigentlich mal dringend wieder gegossen werden müssten. Und dann machst du noch den Abwasch in der Küche, weil das ja alles so dreckig ist und wenn es dreckig ist, kannst du auch nicht so gut arbeiten. Und nachdem du fertig mit dem Abwasch bist, denkst du dir, naja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr anzufangen. Das ist pures Vermeidungsverhalten. Wie schaffst du es also, disziplinierter zu werden? Die gute Nachricht ist die, Disziplin lässt sich erlernen. Das ist nichts, womit wir auf die Welt kommen oder so. Das ist nicht angeboren, aber man kann es trainieren. Wie ein Muskel kann man es nach und nach aufbauen und stärken. Erstens, mach dir deine Motivation klar. Warum willst du diese Sache tun? Wenn du zum Beispiel für eine Prüfung lernen willst, willst, das ist vielleicht das falsche Wort, weil du musst dafür lernen. Aber dann frag dich, also klär genau diesen Aspekt. Warum musst du dafür lernen? Weil du deinen Abschluss machen willst. Und mit diesem Abschluss willst du wahrscheinlich irgendwas beruflich anfangen. Das heißt, du musst diese Prüfung machen, damit du deinen Traumberuf nachgehen kannst. Zweitens, nehmen der Prokrastination den Wind aus den Segeln. Wenn wir etwas tun müssen, auf das wir wirklich keine Lust haben, dann lassen wir uns nur allzu gern ablenken. Also wir fangen an, die Blumen zu gießen. Oder wir schauen noch mal kurz bei Facebook vorbei. Aber überleg dir die Konsequenzen davon. Was passiert, wenn du dem wieder nachgibst? Wenn du jetzt nicht anfängst, sondern weiterhin vermeidest und dann vielleicht erst morgen anfängst? Hast du daraus, ziehst du daraus irgendeinen Nutzen? Hast du irgendwelche Vorteile davon? Führ dir mal so richtig vor Augen, wie du dich fühlen wirst, wie du dich zum Beispiel heute Abend fühlen wirst, wenn du es wieder nicht angegangen bist. Wie du dich schlecht fühlen wirst und wie das Problem sich ja dadurch nur weiter auftürmt, weil der Stapel an Erledigung immer größer wird oder eben die Zeit immer knapper wird. Drittens, übernimm dich nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei Disziplin. Wenn du dir regelmäßig zu viel vornimmst, dann wirst du mit deiner Disziplin immer scheitern. Du schaffst es nicht, jeden Abend zehn Seiten zu lernen. Aber vielleicht kannst du es schaffen, jeden Tag oder jeden Abend zwei Seiten zu lernen. Das heißt, setz dir wirklich realistische, machbare Ziele. Viertens, mach es dir so einfach wie möglich. Ich bin ein großer Fan von Gewohnheiten, weil ich finde, sie helfen enorm dabei, diszipliniert zu sein. Wenn du etwas zur Gewohnheit machst, wenn du es regelmäßig tust, dann musst du irgendwann nicht mehr darüber nachdenken. Es geht dir so in Mark und Blut über, dass du es einfach tust. Und dann wird das Vermeidungsverhalten viel geringer, weil du es ja immer zu dieser Zeit tust, weil es irgendwie zu deinem Alltag gehört. Das heißt, wenn du etwas regelmäßig tun willst, dann nimm dir zum Beispiel vor, jeden Abend von 19 bis 20 Uhr zu lernen oder an deinem Buch zu schreiben oder Geige zu üben oder was auch immer du gerade tun musst. Jeden Abend von 19 bis 20 Uhr. Punkt. Fünftens, und dieser Punkt schließt direkt an den vorherigen an, belohne dich. Jeden Abend, wenn du um 20 Uhr fertig bist, koch dir dein Lieblingsessen, ruf deinen Schatz an, guck zwei Folgen deiner Lieblingsserie, was auch immer. Aber belohne dich. Sorg dafür, dass du etwas Schönes machst, weil du diese eine Stunde diszipliniert durchgehalten hast. Und nach einer Weile verknüpft sich das dann auch, dieses schöne Ereignis, mit der Gewohnheit. Und dann wirst du noch viel leichter von dir aus anfangen wollen, um 19 Uhr zu lernen, weil du weißt, um 20 Uhr kannst du dafür eben deine Lieblingsserie gucken. Übrigens, wenn dir die Tipps nicht helfen und du trotzdem weiter vermeidest und es eben nicht schaffst, diszipliniert zu sein, dann überleg dir mal, ob du irgendeinen Nutzen aus deinem Vermeidungsverhalten ziehst. Also, gibt es irgendeinen tieferliegenden Grund, warum du nicht anfängst? Mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass ich tatsächlich so ein bisschen Angst vor Erfolg habe und deswegen manchmal manche Projekte sehr lange aufgeschoben habe, weil ich Angst hatte, dass sie tatsächlich funktionieren und ja, aus mir was werden könnte, sozusagen. Das ist bei einigen, glaube ich, der Fall. Und bei manchen ist es die Angst zu versagen, die Angst zu scheitern. Oder vielleicht möchtest du auch nicht für deine Prüfung lernen, weil du eigentlich im Grunde deines Herzens Angst hast, das Studium zu beenden und dann nicht zu wissen, was du machen sollst. Denn sobald du die Ursache gefunden hast, kannst du auch wieder leichter mit der Situation umgehen. Dann kannst du besser entscheiden, ob deine Sorgen und Ängste tatsächlich begründet sind und was du gegebenenfalls gegen sie tun könntest. Sobald du das Biografie Vielen Dank.